Gehen wir zu dir oder zu mir, hab ich dich gefragt, da hast du es gewagt und zu mir gesagt. Wenn du nicht lernst, mich schön wärmst, sodass ich dich frier, ja, dann bleiben wir hier und dann treiben wir es mal so aus. Im Wesengrund, man kommt ja so selten raus und das ist nicht gesund und aus diesem Grund treiben wir es bunt und lassen wir nur, passe nicht auf, Mutter Natur in der Natur ihren Lauf. Und jetzt kurz darauf geht's ab auf den Rasen, doch ist kein Mensch zu sehen, nur ein paar Hasen und ein paar von den Reden, die da immer rumstehen. Doch jetzt kommt der Weidmann und er lacht so weit und er singt schön weit, wann hast du heut für mich Zeit? Und weil dich das so freut, geh mir dann heut nur noch zu dir oder halt zu mir, nur nicht ins Waldrevier. Oh, außer ein Getier, oh, außer Hirschchen, Hasen und Rehen, noch ganz andere Bürschchen auf dem Rasen rumstehen. Oh, ich find das nicht schön, wie all diese Schmucken, Jägerlein, dich so sehr beeindrucken und du fällst auch noch rein auf ihr Jägerlein. Jägerlein, jetzt gehen wir zu dir oder zu mir oder ich recherchiere, was der Schiff vom Revier dieser Waldkavalier außer Gelächter noch zu mieten hat. Vielleicht hat er ja Töchter und die wollen grad einen Mann aus der Stadt. Komm jetzt, wir gehen, es tummelt sich her, mittlerweile schon zehn und die fummeln an mir, du lässt es geschehen. Komm lieber mit mir, der Tag war so schön, doch jetzt müssen wir nach Hause gehen. Sei lieb und lass mich nicht zustehen, sag Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen, Adieu, bis bald, bis zum nächsten Aufenthalt. Im schönen deutschen Wald, im schönen deutschen Wald, im schönen deutschen Wald. Dankeschön.